Halten! Machen Sie was draus! Unsere Athena Langstreckenkanonen sind eingetragen. Jetzt haben wir Artillerie. Artillerie, gut, das ist mein Fach, bin ich, Alter. Danke, bleiben Sie dran. Wow, neue Bauoption, fortgebaut. Jetzt haben wir erstmal schöne Artillerie, meine Freunde. Orbitales Abwehrnetzwerk. Das Coole an der Artillerie ist, sie hat so eine riesen Kraftwelt, was, äh, Dinger, ja, es ist so 20 Riesen als Coole, ne? Ja. Müsste dich da ein, mach so viele Artillerie, Kanonen und Panzer und Jets und so wie möglich. Der, der Kaiser kommt von hier oben, ich weiß nicht, wie ich es dir markieren soll, aber auf jeden Fall von hier. Sag einfach wo, oben links, beim Fluss oben dran, oder was, ganz oben Karte? Ähm, der kommt vom Westen, wenn man die Karte so betrachtet, dass oben Norden ist. Ja, 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 schon klar. Dieser Prinz irgendwas. So, den setzen wir da hin, und dann hätten wir auch schon alles. Dann brauchen wir jetzt erstmal hier so eine Flugbar. So, ich hab jetzt meine SEPTU. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wird gebaut. So, ich hab jetzt meine SEPTU. Oh, sieh mal deine, sieh mal deine Truppen gleich nach oben, rechts. Wie immer, Einsatzbereich. Jetzt oder was? Jetzt in die Richtung, warte, ich fahre mal. Ich hab immer Sinn. Ihr habt den Boss gehört. Ungeeigneter Bauplatz. Geben sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. So, ich würde dann mal sagen, hier platziere ich... Mirage-Panzer, zehn Stück. Und Athena Langstrecken-Kanonen. Zehn Stück. Geben sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Hightech. Wer holt einen Crash? Freie Schuss bereit. Ich hab den König-Uni da nicht gesehen. Verdammt. Voller Satelliten. Ich würde mal sagen, den gehen wir mit dem Ding zerstören. Na, oder? Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Lieber hierbleiben. Ich nehm die Century Bomber dafür. So, ihr platziert euch mal... Oh, fuck. Das ist Luftopfer. Oder? Ist das Luftopfer? Ich empfange sie laut und deutlich. Probieren wir es einfach. Geben wir ihnen was sie verdienen. Zentrale bitte melden. Koste alten Jungs. Nein, okay. Dann kann ich die töten. Die zählen auf uns Jungs. Haben Sichtkontakt. Umgleich. Umgleich. Wir haben sie laut und deutlich. Geben wir ihnen was sie verdienen. Haben Sichtkontakt. nnnnnnnnnn so der König Ouni ist daun ich habe den König Ouni gequillt habe ich etwa ein Flugzeug verloren? nein HÄÄHÄH? naja egal Ohne drei Minuten bis er seine Superweb im Einsatz hat, ne? Jaja So, ich gehe jetzt auch schon zur Offensive Aktualisieren Position Freundliche Einheit Zentrale bitte mit Lassen wir die Kiste Kehren zu Stützpunkt zurück So, jetzt greife ich von der Ferne mit den Athena Bombern an Leider habe ich keine Flugabwehr, aber ich glaube das sollte Scheiße, ohne Flugabwehr mache ich das Obwohl ich soll Ne, ich habe keine Flugabwehr, gar keine, verdammt Ja, das sollte irgendwie funktionieren Athena, oh fuck, da ist sie auch schon Dammit, ich bin komplett nutzlos Ich habe keine Flugabwehr, mach ich auch Diese Huren sind, Alter Schöne Apollo Bomber Also ich habe noch zwei Minuten, okay Zwei Minuten, um eine Luftabwehr zu bauen Obwohl ich brauche keine Luftabwehr, wenn ich von der Luft aus angreife Und jetzt von da Ja, ja Ich kann da nicht angreifen Wir können eine Superwaffe starten Okay, eine Minute habe ich noch Verdammt Ich brauche Apollo-Jäger, ohne Apollo-Jäger kann ich da Okay, Jungs, ich muss leider angreifen Ich habe nur noch 40 Sekunden Greift die auf dich oder was? Was? Geht die auf dich oder geht auf mich? Na, der geht auf niemanden, aber das Ding ist, ich brauche halt meine Flugabwehr, ohne Flugabwehr kann ich da leider nichts machen Nein, 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 ich mache das mit den Athena-Bomben, das ist schon easy Ich werde zwar viel verlieren, aber Kann man nichts machen Fünf Sekunden, verdammt Heftiger Taktisch Wombe Fuck, komm schon, komm schon Komm schon, Murak Bevor sie noch abfeuern konnte, Alter Fakt, wir werden angegriffen Die haben so Jalla Flugzeug Das war nur ein kleiner Test Boah, krass, Alter Jetzt werde ich nicht mehr so gnädig sein Jetzt haben wir auch nicht mehr diesen Scheiß Verdammt, mein Scheiß-Stützpunkt wird angegriffen ... ... Tempaffe Teamstchermision Achso. Okay. Jetzt bauen wir uns ein Ding ins... Alter! Ich suche immer SP um auch auszufordern. So, jetzt muss ich nur noch so ein... ... Herzabbauding bauen. Babalababam! 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 Empfange sie laut und deutlich! Verstanden! Boah! Diese Musik ist so geil, Alter! Ich hab kein Mann hier mehr. Same here, Bro! Aber... Ich zerstöre jetzt erstmal hier wie ein Mistgebot. Weißt du, dass für den Russen das in die Luft saugen wäre so ein Mist. Nice, Alter! Ich hab schon mal ein bisschen von denen zerstört. Da kommt der Prinz! Da kommt der Prinz! ... und unzureichender Mittel. Jetzt ein... Primitiver Gajin! Sie wagen es Tokio anzugreifen? Primitiver Gajin! What the fuck is wrong with that guy? What the fuck is wrong with that guy? Eine Einheit hat angegriffen. Heiziges Kommando geordnet. Bau abgeschlossen. Dieser Verbündeter wird angegriffen. Was sollte eigentlich ausreichen? Boah, wir müssen unsere Einheiten davon zurückziehen. Musst du auch. Was können wir für sie tun, Sir? Positiv, Sir! Am besten platzieren wir sie bei meinem Bumloch. Ich glaub, diese Missgeboten kannst du nur mit Athena Bombern killen. Und nicht mal das weiß ich ganz genau. Es gibt keine Athena Bomber. Es gibt nur das Venturi Bomber. Äh, ich meine Athena Kanonen meine ich, ja. Aber die müssen hier übrigens weit zum Strand fahren. Wir müssen sie das. Ja, ich schick mal grad zwei hin. Fack, ne klappen sie nicht, klappen sie nicht, klappen sie nicht. Okay. Gut, dann lass sie einfach, äh, an den Strand kommen. Oder zerstör sie mit Lufteinheiten oder sowas. Ich hab kein Money, das ist ein Problem. Um die Lufteinheiten von denen müssen wir uns auch kümmern. Ich glaub, ich... Nee. Meine Apollo Jäger brauch ich leider selbst. Ich könnte dir meine Apollo Jäger verschicken, aber... Nein, Fans, Alter. Zerstör mal sein letztes Gebäude hier auf der Mini-Insel. Kümmer du dich erstmal um den Osten. Da sind auch drei Einsatzziele. Mit Bombern kannst du die einfach zerstören. Mit Bombern kannst du die einfach zerstören. Ist relativ... Relativ overpowered, sowas. Die Mission ist nur am Anfang schwer, also... Jetzt ist sie eigentlich easy, jetzt schaffen wir das auch. Wir machen uns an die Arbeit. BTF? Machen wir uns an die Arbeit. Are you kidding me? Schöner Tag heute. Äh, what the hell? Was der... Lass mal irgendwie unsere Punkte einlegen, was können die denn? Ich hab dich schon eingesetzt. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindliche Infiltrator geordnet. Bau abgeschlossen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Anzộc�ung. Feindlicher St disposzpunkt. Vecheinsatz Celine. können Sie übernehmen mit ihhh? Feindliche Infiltrationen. Wir müssen hier nicht die Apollos... Ah, okay, die Apollos sind bereit. Okay, dann würde ich sagen... Ich nehme die Athena-Bomber mit. Okay, ich gehe mit so viel einfach mal da hin. Die Athena-Bomber kommt mit. Ja, ich meine die Apollos. So, jetzt gehen wir weiter. Und zerstören erstmal die... ...obere Westseite der... Ich bin so useless, ne? Momentan. Wieso? Weil sie einfach das komplette... ...Sphäre-Stein-Papier-Prinzip haben. Egal mit was ich komme, wird zerstört. Und ich habe kein Money für Bomber. Und Bomber werden von den anderen Wixern zerstört. Und wenn ich mit den anderen Wixern hingehe, werden die von den Schiffen zerstört. Das ist das Coole an den Athena-Bombern. Äh, Athena-Kanonen. Die sind einfach Out-of-Range von allem. Ich komme dir gleich zur Hilfe, wenn du Hilfe brauchst gleich. Ich glaube, ich kann mir auch... Ich komme dir gleich zur Hilfe, wenn du Hilfe brauchst gleich. Ich glaube, ich kann mir auch... ...later.